World War II Memorial Am Adrian Laclay Boulevard steht ein Denkmal, um die Veteranen und Gefallenen des Zweiten Weltkriegs zu ehren und an sie zu erinnern. Jedes Jahr am 4. Mai findet am Denkmal eine gemeinschaftliche Zeremonie von Arubas Regierung und den auf der Insel stationierten Royal Dutch Marines statt, während der Arubas Präsident eine kurze Rede hält und einen Kranz niederlegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017